Hi! Na wo ist er denn, der Ape? Wo ist er denn? Da ist er denn! So Leute, willkommen zurück zu Apes Exodus. Im letzten Paar sind wir wieder ein bisschen durch die Bonebergs gegangen. Haben mit Direktor Flag ein bisschen Action gehabt. Im Sinne von, dass wir uns eine Pressekonferenz angesehen haben. Und er war nicht ganz so zufrieden mit der Leistung, die gerade erbracht wird. Im Sinne von, ähm... Hier wird gerade so ziemlich gar keine Leistung erbracht, scheinbar. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das schief gehen wird. Oh Gott, verlasst du bitte das Szenario. Yay! Oh, hi na. Ich habe keine Ahnung, wie er zuerst lang gehen müsste. Ich mache es jetzt einfach, weil ich es kann. Komm, geh schneller. Danke. Juhu! Das ist nur für Fleisch? Super, oder für Knochen, oder für getrocknetes Roastbeef. Ich habe ja keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß ja nicht mal, von welchem Tee das eigentlich stammt. Hi, na. Hier. Fress. Irgendwie springen sie nicht darauf an. Hm, vielleicht brauche ich das Fleisch hier noch irgendwie anderwertig. Ja. Hi, na. Ich habe irgendwie die ganze Zeit Lust, einfach zu rennen, weil ich denke, die werden mich schon nicht erwischen. Ha, ha. Hey, hey, das war in Richtung geschaffen. So ein Trottel. Ach ja, das Schlagen ist immer wieder nützlich bei den Slicks. Hm, gut, dann gehen wir einfach hier rüber. Denn das ist der Weg, den wir freigeschaltet haben im letzten Part. Mich überrascht es immer noch, dass wir schon irgendwie in... Autsch. Ha, ha. Schön. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir schon in... Äh, wo kommen wir jetzt hin? Zulag 6? Ne, Zulag 7 kommen wir jetzt schon, oder? Ja, klar. Flügel 7. Kommen wir jetzt gleich. Jeden Moment. Und zwar genau. Jetzt. Wuhu, Achtung. Na, komm schon. Na, das Spiel. Ja, tatsächlich. Ähm, und irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass die Flügel niemals über 9 steigen werden. Deswegen irritiert mich das gerade ein klein wenig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon bald hier draußen sind. Das wäre irgendwie ein bisschen seltsam. So was steht denn hier, Nettes beschrieben. Er sagt nicht, Strom tötet uns. Ansonsten... Ratsch dich doch aus, warte. Boneworks Bulletin Boy. Es ist verboten, sich durch das Entführen von treuen Mitarbeitern des Boneworks zu uralten Modarkentkräften des Strikers anzuseignen. Oh ja. Zu Widerhandelnde werden von Vorzeigen in den Ruhstein versetzt. Herzliches, Direktor Flack. Oh ja. Ihr habt schon richtig gelesen. Natürlich hat Ape die Fähigkeit nicht verlernt. Wir konnten sie bisher nur nicht, äh, freischalten. Das heißt, jetzt wird bald die Zeit anbrechen, indem wir wieder ordentlich, äh, den Shryskull rausholen können. Uuuuh. Und jeder Ape-Kenner weiß, dass das immer die größten Ereignisse sind bei Ape. Naja, gut, aber... Was heißt die größten? Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Ereignisse. Wow. Alter Vater, das war aber knapp. Dann wäre ich doch fast erschlagen worden von der Kiste. Ich glaub mich auch wieder dran zu erinnern, genau wo es war. Ja, entsprechend muss ich die Modarkens hier nämlich rauslotsen. So war das doch. Du, 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 du. Dann machen wir das so einfach mal ganz easy. Oh, verdammt, verdammt. Ich hab gedacht, dass ich auf den zerstörten Teil der Hintergrundsäule draufstehen kann. Dem war offensichtlich nicht, so wie man gerade gesehen hat. Entsprechend, äh, wurde ich dann auch für dieses geistige Versagen bestraft. Gut, dann gehen wir halt den Umweg. Du, 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 du. Wow. Das war... Hätte man auch ins Auge gehen können. Hm. Puh. Das war close. Dann kann ich ja wieder... Ne. Ich frag mich, ob ich mich, wenn ich mich hier... Ich versuch's einfach mal. Yay! Ah, ich überlebe's tatsächlich. Okay. Ja, die Höhen sind aus dieser Höhe hier ein bisschen anders zu berechnen. Achtung. Ne, 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 so nicht, Kumpel. Du musst schon laufen, wenn ich laufe. Lauf! Oh, da war knapp, Kumpel. Das war ganz schön knapp, mein Freund. Dann warte mal hier. Du, 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 weil ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich mit dir hin soll. Ach, da unten. Okay, die zwei da oben sollten wir gegebenenfalls auch noch mitnehmen. Ja. So. Du, 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 du. Ja, schön. Wow, wow, wow. Ach, gut, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt sterbe ich schon wieder. Aber den war, wie man gerade gesehen hat. Nicht so, denn, wie gesagt, die Höhenunterschiede sind hier etwas anders berechnet, wenn man so im Hintergrund steht, weil das quasi, glaube ich, die Fallhöhe bleibt quasi gleich, als wenn man im Vordergrund wäre. Ich hätte jetzt schon zugetraut, dass es genau jetzt in dem Augenblick fällt. Wahrscheinlich erst, wenn ich den Hebel betätige. Ja, war klar. Hi. Yoro, Yoro. Okay, okay, dann kommt mal mit, beide. So. Es sind aber immer nur drei. Ich glaube, da fehlen trotzdem noch welche. Okay, könnt ihr rennen, Kuppels? Rennt! Meine Fresse, das ist schon wieder so knapp gewesen. Gut. Ja. Wow. Hätte ich ihn fast verprügelt. Ich finde, das sieht irgendwie immer sehr unbeholfen aus, wenn Ape schlägt. Achso, jetzt macht er es nicht, weil da keiner in der... Keiner in Reichweite. Das heißt, die sind eben voll Assassin-mäßig ausgewichen. Cool. Yay! So, was haben wir denn hier noch so schönes? Ich gehe einfach erstmal nach da unten, weil ich gerade nicht weiß, ob das der richtige Weg ist oder ob ich da noch irgendwas anderes vorbereiten muss. Ja, fünf Stück brauchen wir dafür. Das habe ich bereits gesehen. Wo kriegen wir diese fünf her? Gut, das macht auf jeden Fall das Tor zu. Wahrscheinlich sind hier unten noch zwei, nicht wahr? Die Sache ist, man muss die auch alle fünf gleichzeitig retten, glaube ich jedenfalls. Ansonsten hat man verkackt. Es sind sogar sechs. Und unten sind noch Flaschen mal wieder. Oh, mein Geheimgang wieder. Ein geheimer Geheimgang, aber den gehe ich erst später lang. Erstmal möchte ich hier den Shryskull aktivieren, um da entsprechend irgendwelche Späßchen mittreiben zu können. Wartet mal hier. Okay, okay, okay. Ich gehe eigentlich wieder nach oben. Lass mich nach oben. Ja, lach mich nicht aus, weil ich habe auch Gefühle. Das tut doch weh. So, jetzt komme ich wahrscheinlich oben irgendwo raus. Okay. Okay, gut, das funktioniert. Das holt mir wahrscheinlich den Fahrstuhl runter, nicht wahr? In der Tat tut es das. Also der fährt ein bisschen weiter runter, als erwartet, aber gut, das ist so praktischer für uns. Hm. Jetzt ist für mich nur die Frage, ob ich das vorher machen soll oder danach her. Kommt mal bitte. Okay, okay, okay. Alle bitte mal schön auf den Fahrstuhl draufgehen, damit wir gemeinsam nach unten fahren können. Und ich befreie sechs unserer Kumpanen. Meine Güte, das ist doch episch. So, und einmal bitte in die Freiheit mit euch. So, und jetzt kriegen wir den Shryskull. Oh yeah. Ach, so verdammt cool. Ja, für mich bleibt jetzt aber trotzdem noch die Frage offen, wo wir den denn bitte benutzen sollen. Also hier unten ist auf jeden Fall ein Geheimgang. Jetzt die Frage, ob wir das da oben benutzen sollen, quasi um der Hauptstory weiterzukommen. Oder dass das für den Geheimgang hier ist, weil hier müssen wir uns ja irgendwo fallen lassen. Ich lasse jetzt einfach mal die Hoffnung frei laufen. Und es ist hier richtig. Ja, wir waren perfekt. Richtig hier in den Sanddünen. Ach, Scheiße. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Hier wird doch gleich irgendwie total die Action abgehen mit den Dingern da oben. Ich glaube, das war eh jetzt ein bisschen zu spät. Wobei, ne, eigentlich geht's noch. Jawoll, ja. So, was mache ich jetzt hier mit den Dingern? Ich habe das Gefühl, ich sollte die nicht aktivieren, die Hebel. Ja, ich glaube, ich habe gerade die Kreissägen hinten aktiviert. Wow. Ha, 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 ha. Ja, ich habe mich erschrocken. Definitiv habe ich das gerade. Gut, ähm, ich werde diese Hebel nicht aktivieren, damit die Kreissägen da hinten mal schöne, ruhige Kugel schieben. Weil ich gerade nicht sicher bin, ob die damit irgendwie, ob die davon beeinflusst werden. Aber ich nehme es mal ganz stark an. So, jetzt beeilen wir uns mal ein bisschen, damit das nicht so knapp wird wie gerade. Ben, verrecke er. Ah ja, die Kraft eines Paramites und eines Krabs kombiniert dazu noch die Macht. Oh, alter Mudaken-Stämme. Uh, das ist der Tod eines jeden Mudaken-Vereins, würde ich mal glatt behaupten. Hi, na. Wie denn so ein Geheimgang mit Weiße? Da eben auf dem normalen Weg stehen einfach sechs Mudakans rum und hier ein schwieriger Geheimgang. Naja, das ist schwierig, aber ein Geheimgang auf jeden Fall. Und da ist nur einer. Niu, 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 niu. So, hau mal ab, Kumpel. Okay, die Dinger gehen also so oder so an. Jetzt ist für mich aber die Frage, ob sich das irgendwie lohnt, die ganzen Hilfige zu aktivieren. Ich denke mal eher nicht. Ich mache es aber trotzdem mal, weil ich gerade nicht weiß, ob es wichtig ist. So, und jetzt ist wahrscheinlich hinten nur noch die anderen beiden angegangen. Oder andere drei. Jo, natürlich. Wow, wow. Ja, wo habe ich die Quick-Safe noch gleich? Die Dinger lassen wir einfach mal aus. Ich glaube, das hat nicht wirklich einen tieferen Sinn, als uns damit selbst ins Verderben zu stürzen. Come on. Show me your moves. Ach so, perfekt hier, Quick-Safe, ne? So, der Typ ist gerettet, auf jeden Fall. Yay. Gut, dann ist das jetzt alles easy. Hätte man es doch, man hätte es auch schaffen können vorher. Mit Wesik, weil ich es mal schon mal geschafft habe früher. Aber, bipp, wie so schwer, wenn es doch einfach geht. Ja, ich weiß, es ist für mich eigentlich ein sehr ungewöhnliches Motto, da ich ja mir alles schwerer mache, als es eigentlich ist. So kriege ich das Ding jetzt nochmal wieder, wäre voll nett und so. Ne, scheinbar nicht. Bleibt mir jetzt aber trotzdem noch die Frage, ob das wirklich so gedacht war. Oder ob ich da vielleicht was anderes hätte tun sollen mit... Hm. Wir werden es gleich erfahren. Jeden Augenblick. Ich sehe gerade, wir hätten es auf jeden Fall gebraucht. Wobei, ne, wir haben ja noch... Wir haben ja noch Fleisch hier, was wir werfen können. Also, ich sag mal so, mit dem Shryskull wäre es auf jeden Fall einfacher gegangen. Aber... Mit dem Ding sollte es eigentlich auch gehen. Runter mit dir! Äh, ja, super. Ja, hallo? So, das gleiche machen wir jetzt nochmal hier. So, dankeschön. So, ich hoffe, ich... Benötige den nicht nochmal. Super, dass ich da gegen die Wand so gejumpt bin, dass ich unten natürlich noch mit dem Schädel hinten rücks in die Mine falle. Töööö, warum, ey, warum? Magst du Minen so sehr, dass du dich anderen selbst in Luft sprengen musst? Ach du scheiße. Merke mehr Quicksafe setzen. So. Ja, dies gegen die Wand rollen, weil mir schon offen verhängen ist. Entweder, weil ich dann die eben rückwärts in eine Mine stolper, oder aber, weil dann die Slicks mich treffen können, weil ich nicht ganz hinter einer Barriere verschwunden bin. Das ist gemein. Beides ist ziemlich gemein in dieser Hinsicht. Kann ich das vielleicht nochmal holen, bitte einfach? Nein, nicht wirklich. Not really, not really. So, aber ich habe hier noch vier Stücke Fleisch. Und die werden mir dabei helfen, diese Quest zu einem erfolgreichen und glorreichen Ende zu führen. So, einmal wieder schön nach oben. Freut uns schon mal darauf, wenn wir beim Direktor Flagg ankommen. Oder generell, wenn wir bei den Glacken-Direktoren ankommen. Weil, ha, da gibt es dann erst die richtig schwierige Action, die wir lösen müssen. Aber ich finde es cool, weil das macht auch ziemlich viel Spaß. Extrem fordernd auf jeden Fall. Wie das ganze Spiel halt. Hm. Ich mache mal lieber einen Quick Save. Naja, springe ich irgendwie wieder daneben. So vielleicht. Ja, guck mal, perfekt. Yay, und ich benötige es scheinbar tatsächlich nicht. Das irritiert mich jetzt. Soll ich einfach wirklich jetzt chanten? Sieht so leicht aus. Aber okay, ich mache es mal. Mal gucken, was passiert. Hm. Nichts offensichtlich. Okay. Dann alles easy. Cool. Weiter geht's in Flügel 8. Du, 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 du. Wir haben bald schon die Hälfte aller Mudarkens gerettet. Damit hätten wir also das gute Ende auf jeden Fall schon mal safe. Sehr cool. Oh, wo es jetzt wohl hingeht? Doch, wohl nicht etwa nach dahinten. Jetzt kommen wieder diese Effekte, die ich total genial finde bei dem Spiel. Diese Zoomen. Uh, Zoom in den Hintergrund. Und jetzt geht es direkt hier weiter. Ach ja, schön. Du, 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 du. So hört sich die Musik gerade für mich an. Ein klein wenig. So, wo geht's denn jetzt lang? Jetzt sind wir schon hier. Ach Gott, war das nicht... Äh, nee. Ich hab keine Ahnung, was das war. Ehrlich gesagt. Hm. Willkommene Flügel 8 auf jeden Fall. Hier machen wir ja erstmal die Schranke mit auf. Knochenprodu... Da fiel gerade noch was runter. Knochenproduktions geht voran. Wie ich vernommen habe, glauben einige Angestellte, dass das Boneswerk stillgelegt werden könnte, indem man die fünf Hauptkessel abschaltet. Unsinn. Diese gemeine Lüge ist arglistig, sträflich und völlig unwahr. Überdies wird jeder Angestellte, der alle fünf Räder abgeschaltet und damit das Boneswerk stilllegt, sofort wegrationalisiert. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Fleck. Ja, Direktor Fleck. Es tut mir wirklich leid. Ich mag dich eigentlich, aber... Ich muss leider deine Karriere nicht nur gefährden, sondern auch mit dir kurz einen Prozess machen. Aber... Bis wir da ankommen, wollte ich gerade sagen. Wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde sterben. Verdammt, 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 verdammt. Oh Gott. Wow, da hätte ich mich für einen kurzen Moment. Ja, ähm... Und wir legen, wie bereits gesagt, nicht nur Necromines lahm. Und wie wir es hier auch gemacht haben, jetzt mit... Mit, 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 äh... Rapture Farms im ersten Teil, das wollte ich sagen. Nein, natürlich wird hier noch mehr lahmgelegt. Das Fekodepot haben wir nicht lahmgelegt, weil da brauchen wir ein paar Züge noch, würde ich mal ganz behaupten. Aber, das gleiche machen wir dann selbstverständlich auch noch mit den Boneworks. Ihr könnt euch also denken, wie das hier noch weitergeht und so weiter, ne? Tja, keine Knochen mehr. Dann also Necromancer werden hier abgebaut und hier werden sie quasi verarbeitet. Muss schon ziemlich scheiße sein, wenn, äh... Alles den Bach runter geht. Hm. Habst du mehr Fleisch? Keine Ahnung. Ich hab ja noch zwei Stücke, also... Alles easy. Die, 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 die... Was war das denn da kurz? Hab das gesehen? Er war kurz ein Grafikglitch oder so, da waren irgendwie die Zeiten schon angezeigt oder so. Hm, so ja. Die, 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 die... Hm, muss ich weiterdrehen oder bleibt das? Okay, wir schalten jetzt den Kessel Nummer 3 aus, wie er gerade gesehen hat. Ähm, ja, den haben wir abgeschaltet. Gut, dann muss ich noch Kessel Nummer 4 abschalten. Das geht ja ruckzuck, äh, ruckzuck, würde ich mal sagen. Ich fühle, ich werde gleich sterben. Hm. Das werde ich doch glatt mal wieder einsammeln. Hm. Also, irgendwie... Also, irgendwie... Hahaha. Nein, ich hab mich nicht erschrocken oder so. Kein bisschen. Hey, Typ da. Werd' mal wach. Ah, was für ein Trottel. Hahaha. Und das war gerade ziemlich knapp. Das hätte laut auch gehen können. So, wie das... Wohin der Himmel. Der andere hat keinen Bock mehr. Der hat einfach ab. Der sagt, so auch meine... Wow, 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 wow. Wuhu, das habe ich doch glatt nicht gesehen. Eieieiei, naja, wie auch. Klar, ich hab's ja erst dadurch gesehen, dass es mir quasi bein auf den Schädel gefallen ist. Hm. Und schnell mal da reingehen. Dann sollten wir auch hinten ankommen und Kessel Nummer 4 lahmlegen können. Ja, schön. Diese Kreissägen im Hintergrund... Was ist das? Sag mal Kreissägen. Diese ganzen Sägen und so weiter sind übrigens nur zur Dekoration da. Wie ihr seht, das ist also quasi, um darzustellen. Guck mal, wir haben es abgeschaltet. Wir legen gerade das Boneworks lahm. Ach, direkt auf Fleck. Es tut mir leid, aber das muss sich ganz schön nerven. Kann ich verstehen. So, Nummer 3 und 4 sind schon mal ausgeschaltet. Bleiben nur noch Nummer 1, 2 und 5. Den Fünfer machen wir als allerletztes natürlich. Ähm, wow, 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 wow. Gott, ey. Da wäre ich schon wieder unvorsichtig gewesen. Ja, es sind sogar weniger als 9 Flügel. Es sind nur 8 Flügel. Wie gesagt, ich wusste auf jeden Fall, dass es nicht über 9 steigt. Und das hat es ja damit auch nicht getan. Wuhu. Vorhersager quasi dann eingetroffen. Oje, oje. Neu. Davon bräuchte ich mal ein neues hier. Ah, ne, das bräuchte ich nicht. Ich habe ja noch. Ich habe ja noch zwei Stücke hier. What? Da stand ich wohl, aus welchen Gründen auch immer, etwas zu nah an dem Spektakel dran. Aber ich mag es doch, wenn es explodiert. Oh, jetzt haben wir es lieber von der anderen gucken. Nun gut, äh. Ich frage mich jetzt wirklich, was das ist. Ob das Knochen sind, ob das Fleisch ist oder... Äh, manchmal möchte ich gerne ein Quick-Safe machen. So ganz automatisch, aus dem Nichts heraus. Nun ja. Ob die wieder nach Schwierigkeit sortiert sind, keine Ahnung. Fragen wir nochmal das Stück Holz, was da gerade gegen den Bildschirm geflogen ist. Und werfen einfach mal sich hier rein, fern und nämlich von hier. Bitte da, friss. Ha ha. Friss. Ha ha. Bitte einmal hier Nachschub. So, das ist wahrscheinlich wieder zu nah. Deswegen von hier. Dong, 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 dong. Wenn wir danach übrigens ins Feuer reinrennen, werden wir, glaube ich, davon nicht, äh, getroffen. So. Hier den Scheiß spare ich mir mal. Woho, yay. So. Ähm, da unten aber noch ein bisschen was kaputt machen. Boah, ich wollte gerade schon sagen, jetzt treffe ich elegant genau dazwischen. Hm. Ich weiß nicht, ob das so klug ist oder ob wir vor irgendwas fliehen müssen oder so. Ach du Scheiße. Hier ist ja alles vermint. Was ist denn da los? Hm, da werden wir das so machen kommen auf jeden Fall. Da hätte ich eigentlich auch mehr wieder, das hätte ich mir auch sparen können. Nun ja, egal. Ich hoffe, dass hier auf der Seite auch Steine sind vor allem. Ja, sind sie. Gut. Gut, 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 gut. Hier ist wieder ein Geheimgang vor allem. Wow. Einfach mal fallen lassen? Einfach mal fallen lassen, komm. Aha. Na ihr? Juhu. Das ist schon wieder so ein Typ dabei. So, alle mal nach unten, bitte. Alle mal nach unten, bitte. Yay. Und in die Freiheit mit euch. 134 bereits gewettet, gerettet. Ja, genau. So, zack. Zack. Und zack. Das sind so Geheimgänge, die sind mir noch am liebsten. Weil sie schön leicht sind. Hehe. Ähm. Ja. Das war natürlich super. Aha. So, aber das Ding kann ich natürlich noch einsammeln. So, da oben liegt noch eine Flasche. Heißt das jetzt doch ein Geheimgang, oder? Ist das nur quasi, um mich zu irritieren? Falls ja, hat es das erfolgreich geschafft. Hm, Moment. Da muss ich doch. Ich glaube. Gut. Wieso? Wieso wisch ich das, wenn ich da hinten stehe? Das ergibt doch überhaupt keinen Geheimen Sinn. Nun ja, egal. Und dann werden wir einmal schön aus sicherer Entfernung diese Minen dort hinten entschärfen, indem wir von hier werfen. Fang, Mann! Wow, was ein Wurf. Nice. Na gut. Aber wir müssen ihn auch nicht entschärfen. So. Dann haben wir hier noch. Ähm. Ich hoffe, das geht gut. Ich werfe mal von hier. Oh, es hat geklappt. Wow, nice! So, und. Rob, der Rest ist wieder unnötig. Hallajajaj. So, dann machen wir da hoffentlich die Tür auf, damit wir da zurück können. Warten wir doch mal, bis das Ding hier langsam aber sicher auf Null fällt. Der Kessel Nummer 2. Und, Kessel Nummer 2, fällst du? Wopalapalapa. So, schön. Gut, und einmal wieder zurück, damit wir noch Kessel Nummer 1 lahmlegen können. Aber wenn ich so auf die Uhr schaue, denke ich mal, dass wir das dann erst beim nächsten Mal tun werden. Didi, 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 didi. Wieder einmal, Dankeschön. So. Guck mal da, fast sind wir angekommen. Nur noch der fünfte Kessel dann da unten und dann, war es das doch schon mit den Boneworks? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, aber ich möchte das jetzt nur noch probieren, was hier so gemacht werden muss, weil hier sind Slogs und ich möchte gerne rennen. Action! Halleluja Das war elegant Wirklich gut gelöst Muss ich mich doch mal selber loben Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet Jetzt ist aber nur die Frage Habe ich irgendwo einen Geheimgang übersehen oder so ähnlich Gut Ich würde mal sagen Ich mache nochmal kurz Quick Save und renne jetzt nochmal kurz Geheimgänge Hier geht das schon unten lang Leider habe ich nicht alle erwischt Wie man sieht Verdammt mich Ich werde nochmal kurz versuchen zu fliehen Einfach weil ich sehen möchte Ob da noch ein Geheimgang ist Damit wir im nächsten Part mit Direktor Fleck Ich kann mir nicht vorstellen Dass der jetzt schon kommt Weil das wäre irgendwie schnell Und ich weiß dass die Slick Baracken Jedenfalls extrem lange dauern Wir sind schneller als du Kleiner dummer Slug Oder Oder genauso schnell Na auf jeden Fall Ist hier nichts Was uns Geheimgangmäßig weiterbringt Okay dann hauen wir einfach ab Tschüssikowski Oh Gott Das war eng Der ist viel zu schnell Der ist echt genauso schnell wie wir Okay, ich hätte es verschaffen können, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und gebe hier noch den letzten Knochen oder was auch immer So Und damit hätten wir jetzt den Gang freigeschaltet zu Kessel Nummer 5 Da müssen wir noch warten, bis die schöne Hexelmaschine noch aus dem Weg geräumt ist So, gut Leute, da würde ich aber sagen, das war Apes Exodus für heute, im nächsten Part Geht es dann hier weiter Bis dahin, ciao